Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Granny Simulator auf meinem MeinKings Kanal. Ja, heute spielen wir mal das zweite Level. Hallo, erstmal an meinen... Ja, äh, ja. Zweites Level, let's go. Wieso ist das so dunkel? Es ist unfassbar gruselig. Ja, ja. Das ist gruseliger als das Halloween-Level. Ja, für wirklich. Was ich auch schlimm finde, ist, dass du null Sounds hörst, außer deine Steps. Und wenn du halt mit irgendetwas interagierst. Das ist ruhig, aber stille. Ja, das macht es aber nicht gerade besser. Digga, ich höre dich doch laufen, wo chillst du? Nein, du. Digga, wie gruselig. Junge, du wirfst einen richtig gruseligen Schatten, Alter. Willst du mich fressen? Ja. Hallo. Warte. Du bist doch hingeflogen. Du musst ein bisschen vorsichtiger mit mir sein. Ich bin eine Oma. Kein Fliegen. Keine Ahnung was. Du bist ein fucking Raumschiff bist du. Du bist aber mit Raketenstraßen abgezogen, Alter. Wieso schwebt an meinem Kopf so nebendran so ein Meter ein, äh, keine Ahnung, Synchronia. Da ist das Messer bei dir. Wie heißt dieses scheiß Messer jetzt, Mann? Ich habe dich damit nicht getroffen. Aber, also ich habe damit dir keinen Damage gemacht, so, aber irgendwie war es weg. Ja, jetzt klebt es an mir. Ein Meter entfernen. Oma, wo bist du und was machst du gerade? Oh, ich chill hier ein bisschen mit Oki, Alter. Ein bisschen mal am Ort rauchen. Willst du auch ein bisschen Brokkoli? Ist gesund für dich. Erst erzählst du mir was von Rauchen, dann sagst du irgendwas um Brokkoli. Junge, entscheide dich mal. Das ist so gruselig. Ich höre dich so laut laufen, ne? Echt? Ja, ja. Ja, bist du auf jeden Fall nicht weit von mir. Oh, ich bin gestürzt. Aua. Oh, oh, das ist so weh. Junge, stell dich doch einfach auf. Kann doch nicht so schwierig sein, Alter. Jo, bist du, willst du das mir sagen? Bist du in der Geraden? Ich, oh, scheiße. Nein, ich hänge nur fest. Das ist ungefähr... Beziehung. What? Alter. Oh mein Gott, diese Schreie. Nimm meinen Mund auf. Hilfe. Oh mein Gott. Oh, diese Animation. Warum zacklst du denn so? Oh Gott. Alter. Ah, was? Alter, diese Tür, ne? Oh mein Gott. Triggered. Ja, wirklich. Schnell zu. Oh, zu. Wieso habe ich minus 20 AP bekommen? Die Tür ist zu. Weil ich das... Ich habe das natürlich Sensor geworfen. Ach, komm. Boah. Wo kam das denn jetzt? Bist du denn? Hä, wo bist du? Hier kommt die ganze Zeit ein Fliegenfeuerding ins Geflogen. Aber ich check nicht, wo du bist. Ey, findest nicht so lustig hier. Ich habe auch mein Taser, ist glaube ich auch leer. Ja. Scheiße. Aber man braucht einen neuen Taser. Da oben liegt glaube ich aber einer. Wenn ich nicht du wäre. Oh ja. Noch nicht mehr das, was früher. Dann höre ich noch einen Taser. Oh Leute, das war es schon? Ja. Ah, du hast nur ein bisschen... Aber ich wette, da kann was mehr passieren. Ich glaube auch. Exit Game. So, Leute. Wir... Weil natürlich meine Omi, die ist auch schon da. Ja. Wir sind auch ready. Wir waren meine Omi. Ich bin ja... Oh Gott, Alter. Weil mich jetzt gerade noch so richtig schön hell ist. Ja, genau. So, ich versuche die jetzt nochmal mit diesem Kuhnallmesser zu töten. Mal gucken, ob ich meine Schuhe... I need to try to find my Laterne... Achso, da steht... To find my Laterne. Achso, die Frau ist schon. Aber ich habe gesehen, wo du hingegangen hast. Also ich weiß, wo du mit der Laterne herkommst. Deswegen weiß ich ungefähr, wo ich sie jetzt... Das Ding ist, ich habe halt keinen Bock, da rein zu sweaten. Aber ich habe halt trotzdem richtig Bock, diesen Skin zu bekommen. Ach, das ist dieser schwarze? Ja, dieser Ninja Skin. Wir können uns die ja einfach so machen. Wenn wir einfach mal nicht uns heilen, dann ist ja easy. Stimmt, wenn wir mal nicht spielen. Also hast du nämlich auch... Wenn ich aufhabe. Okay, ich versuche jetzt aber durch seine gute Idee, einen Strich durch die Rechnung zu machen. Das ist unser Ziel, oder? Den Ready Red ein bisschen nicht so ready zu machen. Aber der Ready Red hat 100 AP. Noch. Und ich habe jede Menge Heildosen gefunden. Sind Sie sicher, dass es Heilmittel ist, oder? Oh, mein Auge juckt gerade so extrem, ne? Oh, das kenne ich. Aber nur so eins. Das tränt auch gerade. Ich glaube... Alter, wieso kommt Blut und etwas? Wieso nicht? Nein, nein, nein. Klar, vielleicht ist der Granny Simulator doch nicht so der Granny Simulator. Alter, wie der... Verflucht. Nee. Alter, wie das Licht da kommt. Oh mein Gott, ich weiß, was du meinst mit diesem Schar. Alter, an der Decke, ne? Da kickst du mich endlich? Danke. Boah, aua. Das ist nicht eine geile Energie. Nimm den Kopf durch die Wand, äh, durch die Tür. Sagen wir das so? Alter, ich wollte doch nur dir eine scheiß Flasche anschießen. Tschüss. Wahrscheinlich kann ich dir nicht die Sachen verstecken. Das wäre mega lustig. Wenn du so die Pillen wegschleppen könntest, ja. Ja, alles kommt dahin, wo es hingehört. Ah! Und... Er ist da wach. Oh, scheiße, daneben. Nein. In den Mülleimer zurück. Mit dir! Boah! Du fliegst da mit einem kmh gegen die Tür und die Tür fetzt richtig. Ja. Junge, ich konnte nicht mal werfen. Zack! Ah! Boah, zum Fenster raus. Aber nur zum Fenster raus. Nein. Ja! Oh, das wollte ich. Aua. Es brämmt um die Ecke, ja? Nein, nein, nicht. Schnell weg. 2HP wieder. Oh mein Gott. Nein! Fuck! Oh, Alter! Ich bin warm! Hä, du hängst bei mir da oben? Halt dich runtergefallen. Hä? Bei mir hast du mir komisch an der Wand gehangen oben. Ja, ich bin in der Baumkrone zuerst hängen geblieben. Da bin ich bis rumgeschafft. Bei mir hängst du einfach oben, einfach über dem Zaun und hast du einfach geschwebt. Ja, geil. Ja, so kann man es ja auch machen, also. Oh nein. Nein, du hast noch einen Taser. Oh, die... Ja, den habe ich gerade hier oben gefunden. Einen Taser, mein Enkelkind. Ja, das ist so geil. Entweder bist du auch eine sehr gute Oma, oder du bist... Oder ich bin ein sehr schlechtes Kind. Aber ich glaube, ich bin eher ein schlechtes Kind. Hä? Hey, du bekommst keinen Schaden bei mir. Ich habe das aber daneben geworfen. What? Wo ist es denn hin? Der steckt in der Wand, der Pfeil. Hä, bei mir nicht, bei mir. Der war weg. Bei mir steckt der hier oben in der Wand. Oh, geil. Ich gucke einfach auf die Ecke und sehe nicht, damit du mit der Flasche wieder runter slidest. Ich habe noch extra noch lange gewartet. Wie ehrenlos. What? Du hast immer noch mit diesem scheiß Spray. Wie lange hat... Wie... Nein. Ich gucke einfach nur, dass du wegfliegst. Hallo. Ja, hast du mich überlegt. Oh, ich gucke mir das Schreien. Ja, das richtig gefühlt wie ne? Junge. Was ist diese Frusebox, Alter? Das ist ein Strunkkasten. Kannst du gar nicht... Hä? Wo, wo, wo? Wala, bei mir bist du einfach unsichtbar. Wala, bei mir fliegst du gerade das Treppel runter. Ah, nee. Jetzt bist du weg. Hier unten. Wo bist du jetzt? Jetzt bin ich weg. Ach, jetzt bist du hier... Ah, okay. Jetzt ist irgendwie wieder... Geht das Spiel wieder. Okay, nice. Wie? Ich fand's cool, wie du dich... Wie du verwirrt warst, als ich die Fackeln immer durchs Sensor geworfen hab. Ich war unten im Garten und hab die durchs Geländer durchgeworfen. Achso. Das erklärt allerdings einiges. Komm nochmal rein, ich will dich noch einmal wegtreten. Und schieße... Ah, fuck. Du weißt ja, was deine Vater gesagt hat, ne? Warte. Ach, Junge, da halt nicht. Och, ich wollte ihn noch öffnen. Heute nicht. Sehr gut, Leute. Ich würde sagen, das war's mit der Folge. Lasst gerne Like und Abo da. Schaut bei Mein King vorbei. Dann würde ich sagen, hau da rein. Ciao, ciao. Tschüssi. Wusstest du denn auch nicht? Es geht gut, das hab ich. Gut, das hab ich. Es geht gut, das hab ich.